Perfektionismus ist ein Thema, das viele Menschen gerade im deutschsprachigen Raum sehr betrifft. Ich kenne das von mir, also ich habe es damals stark gehabt und das hat jeder heute nicht mehr. Ich glaube auch viele, die erfolgreicher Unternehmer sind, haben das nicht mehr, ansonsten wären sie nicht erfolgreich, weil das ist nämlich genau einer der größten Hinderungsgründe von Erfolg. Und wie du dich aus dieser Spirale befreist, sodass du in Leichtigkeit nach vorne gehst, ohne diese Zwänge, ohne diese Kontrolle, ohne diese Schwere, das verrate ich dir jetzt alles in dieser Folge. Es gibt ein paar Themen, die dich daran hindern. Und gehen wir kurz darauf ein, bevor ich dir die Wege erkläre, wie du rauskommst. Die sind auch sehr wichtig, deshalb bleib dran. Auf der einen Seite sind wir natürlich konditioniert worden. In der Schule ging es immer darum, perfekt zu sein, 100 Punkte beim Test zu erreichen. Zumindest war es immer das Ziel. Es wurde nicht gelehrt, hey, mach eine Erfahrung und dann berichte über deine Erfahrung. Mache Fehler und berichte darüber, welche Fehler du gemacht hast und was du daraus gelernt hast. Weil das ist ja eigentlich auch richtiges Lernen, also durch Erfahrung. Und also ich hatte sowas zum Beispiel nicht in der Schule, aber das hätte ich mir gewünscht. Und in Wirklichkeit wirst du auf Perfektionismus trainiert, konditioniert, verurteile das jetzt nicht. Ja, das Schulsystem ist halt aktuell immer noch so, denke ich. Aber es geht darum, dass du einfach schon mal weißt, woher hast du das übernommen. Die Art und Weise, wie wir lernen. Es wurde immer von uns erwartet, dass alles perfekt sein muss. Natürlich, ein Chirurg, der sollte schon perfekt arbeiten. Also es gibt schon Abläufe im Leben, die darf man perfekt einstudieren. Das heißt jetzt nicht, dass wir das überall loslassen sollten. Aber ich glaube, in den meisten Bereichen unseres Lebens können wir den Perfektionismus ablegen. Also es wurde sehr stark negativ geprägt natürlich, das Scheitern. Also ein Scheitern ist etwas sehr Negatives, es ist so abgespeichert. Vor allem auch wieder mit diesem Gefühl der Ablehnung, ja. Da ist man vielleicht auch wieder verbunden mit der Angst der Ablehnung. In der letzten Folge habe ich ja darüber gesprochen, dass man auch das transformieren darf. Also da kommen verschiedene Themen zusammen. Weil stell dir vor, Menschen würden dich bejubeln, sagen, wow, du hast jetzt eine richtig tolle Erfahrung gemacht, bitte berichte uns davon. In modernen Firmen und bei uns nicht anders wird es genauso gemacht. Da wird berichtet, du hast gerade eine tolle Erfahrung gemacht. Was ist dein Learning daraus? Also ganz andere Denke. Woanders wird mit dem Finger auf dich gezeigt, so haha und was auch immer. Aber ein Mensch, der einen Fehler begangen hat. Ein Mensch, der hat eine Erfahrung gemacht. Und aus dieser Erfahrung hat er ein gewisses Learning, etwas gelernt. Und von diesem Menschen kannst du echt etwas mitnehmen. Also du solltest den Menschen fragen, hey, welche Fehler hast du gemacht? Aus welchen Fehlern hast du am meisten gelernt? Du wirst so viel für dein Leben mitnehmen können. Ein komplett anderes Mindset zum Thema Fehler, zum Thema Scheitern. Das darfst du für dich integrieren. Okay? Dann haben wir auch noch das Thema, dass wir es anderen recht machen wollen. Und hier ist halt auch der Punkt, klar, wenn du Chirurg bist, dann ist es wirklich gut, wenn du nach Perfektionismus handelst in dieser Rolle. Aber es gibt viele Dinge. Da ist es wirklich besser, erst handeln und dann entschuldigen. Wobei besser Verantwortung übernehmen, weil entschuldigen heißt ja, du warst in einer Schuld. Du bist nicht schuldig, du bist für gar nichts schuldig. Du sammelst Erfahrungen und man kann nicht alles vorher wissen. Deshalb lieber erst in die Umsetzung kommen und dann macht man vielleicht einen Fehler. Dann fühlt sich irgendjemand auf den Schlips getreten, bei welchem Thema auch immer. Und dann kann man danach immer noch die Verantwortung übernehmen. Und das ist ja der Punkt. Beginne die Verantwortung zu übernehmen und dich nicht zu entschuldigen. Weil du kannst sagen, weil wir rutschen sonst in die Rechtfertigung ab. Und wenn wir der Rechtfertigung sind, dann gestehen wir es uns ja nicht ein, dass wir einen Fehler gemacht haben. Und dann bleiben wir in dieser Opferrolle gefangen. Und dann können wir nicht daraus lernen. Und das ist eben sehr gefährlich. Also wie befreist du dich aus dem nach und nach, sodass du da voller Leichtigkeit und Tatendrang vorankommst, ohne ständig ein schlechtes Gewissen zu haben und so weiter. Also zu Beginn handelst du einfach gegen dein Gefühl. Es wird so sein. Dein Gefühl wird dir sagen, nein, das kannst du so nicht machen. Du musst perfekt starten. Hier gibt es ein wunderschönes Sprichwort. Das heißt, lieber fehlerhaft begonnen als perfekt gescheitert. Ich habe das dann irgendwann mit vor zehn Jahren fast abgelegt oder vor acht, neun Jahren. Weil da war ich auch so in diesem Perfektionismuswahn gefangen. Und dann habe ich auch begonnen, nee, das ist ganz normal. Man darf das, vor allem auch, wechsle dein Umfeld. Umgib dich mit Menschen, die das feiern, wenn du Erfahrungen gemacht hast und die dich dann eben auch fragen, was hast du daraus gelernt? Und nicht Menschen, die sagen, ja, ich habe es mir vorher schon gedacht, dass das nichts wird. Oder ich habe es dir vorher schon gesagt. Oder die dann sagen, schau, siehst du, es bringt dir hier alles nichts. So ganz ehrlich, wenn du von solchen Menschen umgeben bist, lauf weg vor ihnen. Also die bringen dich echt nicht weiter. Ja, umgib dich von Menschen, die genauso dieses Mindset haben. Zuerst musst du es aber dir selber anlegen. Sieh mal so, es beginnt in dir. Du legst diese Energie an, dieses Mindset, diesen Seinszustand und dann ziehst du automatisch andere Menschen an, die genauso drauf sind. Okay? Also zu Beginn handelst du einfach so ein bisschen gegen dein Gefühl und das ist okay. Hier ist wichtig, dass du bewusst bist. Voller Wachheit, dass du durchlebst. Dass du also dieses Gefühl auch wahrnimmst und nicht versuchst weg, wegzudrücken. Spür es, nimm es wahr. Verlier dich aber nicht darin. Weil dich darin verlieren bedeutet ja, das besitzt dich wieder und du bist wieder im Perfektionismus. Also vorher war man ja identifiziert mit dem Gefühl, es hat einen bestimmt, einen dominiert und deshalb war man ja im Perfektionismus-Wahn. Und jetzt agierst du gegen dieses Gefühl, du spürst es aber. Du führst keinen Krieg dagegen. Das machen ja viele. Also wenn man jetzt so ein bisschen auf der Mentalebene geht, dann arbeitet man einfach gegen diese Gefühle. Das ist aber meistens nicht so gesund, weil es wirkt sich dann wieder woanders aus, dieser innere Krieg, den du beginnst. Also es geschieht nie so dieses wirkliche Gleichgewicht, dass du in diesem inneren Frieden auch bei dir ankommst. Sofern du das überhaupt möchtest. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, wenn du hier meine Podcast-Folgen hörst, dass das ein Thema für dich ist, dass du auch im Frieden bei dir, mit dir bist und dann auch sehr effektiv vorankommst in deinem Leben. Also du nimmst dieses Gefühl wahr, es darf da sein, du spürst es. Und auch wenn du gegen dieses Gefühl handelst, dann nimmst du es weiter wahr. Also du wirst sogar wahrnehmen, es fühlt sich falsch an, unperfekt irgendwas zu machen. Aber du spürst es einfach. Und nach und nach, wenn du das so bewusst wahrnimmst und akzeptierst, dass es da ist, dann wird es sich von alleine auflösen. Mach das einfach mal. Also du erlaubst dir, Fehler zu machen. Du kannst auch mal gerne etwas voller Liebe aufbauen und dann voller Liebe zerstören. Ein Kind macht es nicht anders. Eine Sandburg, eine Legoburg oder irgendetwas, was man so zusammenbauen und wieder zerstören kann. Mach das mal. Genieße den Prozess des Zerstörens genauso. Du weißt in Wirklichkeit, alles was wir uns hier so konstruieren auf der Welt, ist eigentlich alles gedankliche Realität, psychologische Realität. Das einzig wirklich real ist ja der gegenwärtige Moment. Und wenn du mehr und mehr in diesem gegenwärtigen Moment bist, dann bist du nicht so verhaftet auf der Zeitlinie. Also auf der Zeitlinie, wo wir unsere menschlichen Erfahrungen machen. Es ist super, das Leben zu leben und unsere menschlichen Erfahrungen zu machen. Das ist cool. Nur wenn wir mit 100% unserer Aufmerksamkeit in dieser Zeitlinie drin sind, dann sind wir da drin gefangen. Und das ist halt das Gefährliche dabei. Wenn du aber mit der Hälfte deiner Aufmerksamkeit, also wirklich bei deinem wahren Sein bist, und das geht meistens nicht vom Verstand eigentlich gar nicht, das geht eher dann, wenn du wirklich auch viel mit dir meditierst, im Rückzug bist, dann kommst du automatisch in diesen Rückzug. Du kommst automatisch mehr bei dir an und erlangst diese gesunde Distanz zu deinem Menschsein. Ich vergleiche es immer gerne mit einem Computerspiel. Wenn du ein Computerspiel spielst, dann bist du ja auch distanziert davon. Egal was da drin geschieht, es kümmert dich nicht wirklich, weil du weißt, das bin ich ja nicht. Aber hier ist es genauso mit dem menschlichen Leben. Wenn du mit deiner Aufmerksamkeit sehr stark da drin gefangen bist, weil du eben wenig Rückzug magst, dann bist du da drin gefangen und dann wird es noch schwieriger da auszusteigen. Weil dann nimmt man plötzlich diese Realität viel zu ernst. Und alles was man zu ernst nimmt, alles was zu wichtig wird, wird automatisch schwer. Wichtigkeit ist meistens mit einer gewissen Schwere verbunden. Und wenn du diese gesunde Distanz zu dir selber hast, dann wird dir automatisch vieles einfach so schon viel leichter fallen und du hast dieses Wissen mit den Erfahrungen, das hast du in dir. Das brauchst du nicht vom Verstand begreifen. Du weißt plötzlich, hey, alles sind Erfahrungen und wenn auch so etwas mal geschieht, dann ist das okay, dann gehört das dazu. Auch wenn du jemanden enttäuscht, zum Beispiel, das kann ja passieren, weil man nicht perfekt gehandelt hat, dann gehst du nicht in die Rechtfertigung. Weil Rechtfertigung zwingt dich wieder in dein menschliches Sein, es verteidigt dein Ego. Hey, es ist okay, nimm dich selber nicht zu ernst. Du weißt, es ist in Ordnung, du machst Fehler, alles ist gut. Man kann daraus lernen, man kann wieder etwas verbessern. Also gerade im Unternehmertum lernt man das ja. Mach einen Fehler, dann ist es so. Also mach einfach mal, starte, leg los, dann werden Fehler geschehen. Und dann, wenn es jetzt zum Beispiel auch um Kunden geht, in dem Beispiel mit Unternehmertum, ja dann schenk ihnen danach etwas. Das ist immer besser, wie oft haben wir das schon gemacht. Ja, wir haben etwas probiert, haben dann gesehen, ah, das ist doch nicht so gut. Dann wüssten wir, okay, jetzt müssten wir quasi Bestandskunden enttäuschen. Das machen wir natürlich nicht. Es gibt eine Änderung und dann, was machen wir? Wir schenken ihnen einfach richtig viel obendrauf. Und dann auf einmal kommen sie von der Enttäuschung in die Begeisterung. Das ist eigentlich, du findest für alles immer eine Lösung. Und das ist ein ganz guter Weg. Also jetzt rein das Thema, wenn du dich zum Beispiel selbstständig machen möchtest, eine Firma aufbaust. Das kannst du aber vieles andere auch ummünzen, auf dein Privatleben. Und es ist okay, auch andere machen ja ihre Erfahrungen, wenn du jetzt irgendwie etwas nicht perfekt geschafft hast, oder perfekt gemacht hast, und sie sind plötzlich aus irgendeinem Grund enttäuscht. In Wirklichkeit ist es ja dennoch ihr Thema. Natürlich solltest du nicht absichtlich rumlaufen, und andere nur noch absichtlich enttäuschen. Aber es wird sowieso passieren. Somit kannst du es einfach schon mal annehmen und akzeptieren. Was auch noch ein wichtiger Faktor ist, wenn du Fehler machst, beziehungsweise Erfahrungen, ist eigentlich ein viel schöneres Wort noch. Belohne dich dafür. Belohne dich dafür, wenn du einen Fehler gemacht hast. Und dann ist aber auch wichtig, reflektiere dich danach, was du daraus gelernt hast. Warum dieses Belohnungssystem? Das heißt nicht, dass du dadurch noch mehr Fehler manifestierst. Wenn du dich aber für Fehler belohnst, dann versuchst du nicht mehr in die Rechtfertigung zu gehen. Weil wenn du Fehler bestrafst, und du bist ja früher auch für Fehler bestraft worden wahrscheinlich, dann versucht man sofort in die Rechtfertigung zu gehen, und man lehnt es ab, und man erkennt gar nicht, dass man Fehler gemacht hat. Somit sind wir immer in dieser Fehlervermeidungsstrategie unterwegs. Und wenn wir einen Fehler gemacht haben, versuchen wir ihn unbewusst oft unter den Teppich zu kehren. Das bedeutet, du hast keine Erfahrung daraus gewonnen, weil du diesen Fehler unterdrückst, weil er als etwas Schlechtes gespeichert ist. Aber sagt, oh nein, das ist etwas Negatives. Hier wieder, Fehler sind etwas Wundervolles, Fehler sind eine Erfahrung. Belohne dich dafür. Ich habe so viele Fehler in meinem Leben gemacht, warum kommen die Menschen zu mir und stellen mir so viele Fragen? Weil ich so viele Erfahrungen gesammelt habe in verschiedenen Bereichen. Ich könnte denen das wahrscheinlich nicht erzählen, wenn ich selber nicht die Erfahrung gemacht hätte. Also, egal was du magst, jede Erfahrung ist eine Bereicherung für dich, nicht nur für dich, sondern auch für viele andere Menschen. Im Unternehmertum ist es zum Beispiel so, man bezahlt richtig viel Geld dafür, dass man von anderen lernt, die gewisse Wege gegangen sind und viele Fehler gemacht haben. Das mache ich genauso. Ich muss ja nicht alle Fehler selber machen. Auch das ist natürlich ein toller Weg. Und hier finde ich, es gibt Erfahrungen, die muss man nicht unbedingt machen, es gibt aber Erfahrungen, die braucht man. Zum Beispiel, es gibt Erfahrungen, wo Menschen sich immer wieder im Kreis drehen, die müssten eigentlich nicht gemacht werden, weil sie immer wieder die gleichen Erfahrungen machen, weil sie nicht erfolgreich werden jetzt zum Beispiel. Es gibt aber Erfahrungen, sagen wir, du musst wirklich von der Persönlichkeit ein anderer Mensch werden, sagen wir, du möchtest, dass du mehr respektiert wirst, dann braucht es die Erfahrung, dass du von Menschen mal umgeben bist, die dich nicht respektieren und wie du da deine innere Stärke aufbaust. Da braucht es wirklich diese Erfahrung, das kann dir kein anderer wirklich erklären. Da musst du eine Erfahrung sammeln, damit du ein anderer Mensch wirst, ein anderes Mindset anlegst, eine ganz andere Energie hast, eine ganz andere Ausstrahlung. Das sind Dinge, die geschehen hauptsächlich durch Erfahrung. Aber es gibt Informationen, die kann man sich auch so holen, indem man sich coachen lässt. Wenn es jetzt zum Beispiel um konkrete und rationale Umsetzungsstrategien geht, dann muss man nicht unbedingt immer die Erfahrung machen. Aber es spiegelt ja auch einen, ziehe ich eher Erfahrungen an, wo ich immer wieder scheitere, dann ist das auch eine Konditionierung. Also Menschen, die nicht auf Erfolg programmiert sind, die werden auch immer wieder das Scheitern anziehen, so wie ich früher. Ich habe ja bei allem ins Fettnäpfchen gegriffen, egal was ich angefasst hatte. Sogar Chancen, die richtig groß werden hätten können, ist gescheitert. Das war so spannend. Ich hatte sogar damals schon in irgendeiner Kryptowährung, wo du bei einem Euro war und dann bei tausend, ich hatte da investiert und dann war das Geld irgendwie weg. Ja, das Wallet war weg. Lauter so Sachen. Also das ist schon neun Jahre, ist das her? Neun, ja, so neun Jahre circa. Und ich habe nur so Situationen angezogen. Also es kommt schon natürlich auf den inneren Seinszustand an, weil wenn du dich reflektierst, dann merkst du ja, ob du immer wieder die gleichen Fehler oder Erfahrungen anziehst. Und ich habe damals immer die gleichen Erfahrungen angezogen. Ich wurde immer wieder enttäuscht in Bezug auf Geld. Ich habe da so viele Erfahrungen gesammelt und es haben sich so viele Erfahrungen wiederholt. Und ich habe mich halt nie gefragt, was lerne ich aus dieser Erfahrung. Im Gegenteil, also Lernen, ich habe es unter Anführungszeichen als Lernen verstanden, war aber eigentlich genau falsch. Ich dachte mir, ah, okay, da ziehen mich andere über den Tisch, Finger davon lassen. Das ist eher das Gegenteil. Das war keine Lernerfahrung, sondern man muss sich halt schon noch genauer noch reflektieren. Was liegt da an mir? Weil ich habe nach Gründen im Außen gesucht, wo andere schuld sind. Das ist keine Lernerfahrung. Ja, wenn du für dich Gründe findest, okay, was habe ich daraus gelernt? Ja, da sind die schuld, da sind die anderen wieder schuld und die. Das ist keine Lernerfahrung. Es geht darum, was lernst du über dich selbst? Was lernst du über deine Energie, die du ausstrahlst, dass du solche Situationen überhaupt anziehst? Und das habe ich dann erst irgendwann mit 25 verstanden. Also ich habe von 18 bis 25 so viele negative Erfahrungen gemacht und ich hätte einige davon nicht machen müssen. Ich habe so viele davon wiederholt. Sieben Jahre lang war ich in dieser Spirale gefangen. Und kombiniert mit diesem Perfektionismus bin ich da halt nicht weitergekommen. Und dann habe ich mir endlich erlaubt, aus dem Aus zu steigen, mir Fehler zu erlauben, aber vor allem auch diesen inneren Seinszustand zu verändern, dass es leicht gehen darf. Belohne dich für Fehler, aber reflektiere dich danach. Spüre hinein und dann frage dich, okay, was habe ich daraus gelernt? Was werde ich beim nächsten Mal anders machen? Was werde ich beim nächsten Mal nicht mehr machen? Was werde ich entfernen, hinzufügen? Aber nicht einfach mit der Aufmerksamkeit ins Außen gehen und andere beschuldigen. Ich freue mich, wenn dir die Tipps weitergeholfen haben. Abonniere gerne meine Kanäle. Spotify, YouTube, Instagram, Telegram findest du alles in der Beschreibung. Du hast auch übrigens die Möglichkeit, den Manifestationsclub für 30 Tage kostenfrei zu nutzen, zu testen, wo du Zugriff hast auf Dutzende Meditationen von mir, auf Kurse, auf verschiedene Kurse von mir und wo du nicht mal so richtig tief in dein eigenes Sein geführt wirst, wo du lernst, deine Intuition zu aktivieren, deine innere Stimme zu hören, deine Blockaden zu transformieren, deine Manifestation zu verwirklichen und vieles, vieles mehr. Findest du alles, wie gesagt, in den Shownotes und das war es zu dieser Folge. Hey, ich freue mich auf die nächste Folge mit dir und ich wünsche dir alles, alles Liebe. Ich freue mich auf die nächste Folge mit dir.